Guten Tag, mit diesem Film möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Halterplatte auf der Rückseite des EasyRescues befestigen können. Zum Lieferumfang gehören neben dem EasyRescue und der Bedienungsanleitung eine Halterplatte mit zwei Schrauben und ein Gürtelclip. Hier sehen Sie den EasyRescue in Front- und Rückansicht. Die Halterplatte wird auf der blauen Rückseite des Gerätes mit den beiden Schrauben montiert. Die Halterplatte wird seitlich auf die Rückseite des Gerätes geschoben und mit den Schrauben fixiert. Das Anbringen und die Handhabung des Gürtelclips zeigen wir Ihnen im nächsten Film. Musik